Jo Freunde, das neue Update in Fortnite ist da, wir gucken uns passend dazu mal alle Skins an, die mit dem Update reinkamen ins Spiel und ihr seht schon passend dazu mal eine Cam auch ein bisschen weiter unten, denn hier seht ihr die ganzen neuen Skins und da oben seht ihr auch schon was richtig Nices mit bei. Wir springen mal direkt ran, das ganze von FNBR Intel und wir gucken uns mal an hier, was so drin ist. Wir fangen an mit Shady Zady, das ganze hier als normalen Stil und als weißen geht eigentlich sehr klar, ja vor allem der weiße Stil, äh ne ähnlichen gab's aber auch schon mal mit der Maske. Ebenso der männliche Stil, ist auch nicht schlecht, hat so ein bisschen Spektrallook, also dieses Superstyleook mäßige, hier oben auch was noch am Glänzen gewesen an dem Gurt. Dann Spycatcher Siren, ganz ehrlich, den Stil hatten wir schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine extra Variante ist, weil den gab es 100%ig schon mal, ich glaube damals als Bundle, sieht aber in weiß sehr gut aus, wie ich finde. Das Placeholder einfach finde ich, oder meine ich, ähm, der Skin ist nicht schlecht, der ist mal komplett was anderes, ich weiß aber nicht, ist Geschmackssache, ob man den wirklich spielen wird, ist aber auch wohl reaktiv, ihr habt's gesehen, ich mach nochmal kurz zurück. Die Blumen oder die Augen da drauf oder der Mund, achtet mal, da, der geht irgendwie auch ein bisschen zu, ne, also wahrscheinlich irgendwie je nachdem, wie man Kills macht und so. Genau, der Skin richtig heftig, einfach mal eine Hand mit einem Auge und das Ganze ist sogar noch reaktiv, das bewegt sich, hab ich gesehen, ähm, wenn ihr irgendwie Kills macht, dann schnippst der irgendwie oder zeigt da drauf, muss man sich da nochmal im Spiel angucken. Ist auf jeden Fall ein richtig heftiger Halloween-Skin, kommt dann auch die nächsten Tage und Wochen ins Spiel rein. Dann haben wir noch Svenja, einfach casual, ganz normaler Skin hier mit mehreren Varianten, ist okay, aber nichts Besonderes. Und dann nochmal ein Halloween-Skin hier, Undying Sovo und auch richtig heftig, äh, guck mal, der Bauch hier einfach nur noch ein Knochen, die Wirbelsäule da. Und, äh, ja, das auf jeden Fall die ganzen neuen Skins, die ins Spiel kommen werden und das Ganze, wie gesagt, von FMBA Intel hier, ähm, schaut mal gerne die Meinung in die Kommentare, wie euch die Skins gefallen haben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.